wunderschönen guten morgen meine damen und herren herzlich willkommen bei einer weiteren folge von der bagger2go gmbh mein name ist manso und ich möchte euch heute unser testgelände vorstellen auf dem wir natürlich unverbindlich probe baggern könnt bei uns wir bauen aktuell einige hindernisse für euch auf ein paar böschungen ziehen wir und jeder kunde hat bei uns die möglichkeit alle tätigkeiten durchzuführen ihr könnt wirklich die geräte bei uns unverbindlich kostenlos auf herz und nieren prüfen ob sie für eure tätigkeiten geeignet sind wir haben hier natürlich auch verschiedene schaufel vorhanden oder anbaugeräte die man dann ausprobieren kann am besten macht ihr vor mit uns einen termin aus dann könnt ihr gerne vorbeikommen unsere mitarbeiter werden euch vor ort unterweisen und dann können wir ein bisschen zusammen spaß haben dann hoffentlich bis bald meine damen und herren abonnieren nicht vergessen